Meine Mutter ist Linda Smith. Du willst mir helfen? Ich kann nicht glauben, dass du mir helfen willst. Ich habe niemanden. Okay, frag ruhig. Ich bin 15 Jahre alt. Ja, ich kann laufen. Du kannst mit meiner Mutter sprechen? Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Bitte, sag das noch einmal. Ich verstehe. Du willst, dass ich in eine Heim gehe? Ich werde in ein Heim gehen, aber ich will nicht lange bleiben. Ich will wieder nach Hause. Ich verstehe. Du willst, dass ich in eine Heim gehe? Ich verstehe dich. Ich werde nicht auf die Straße gehen. Ich werde in ein Heim gehen. Okay, ich werde auf dich warten. Mein Vater lebt nicht mehr. Meine Mutter ist verheiratet, aber ich habe sie nicht mehr gesehen, seit ich auf der Straße geboren wurde. Meine Mutter heißt Linda. Sie ist sehr reich und ist verheiratet mit einem sehr reichen Mann. Meine Mutter hat keinen Vorname. Sie ist nur Linda. Mein Nachname ist Smith. Meine Mutter ist Linda Smith. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 15 Jahre alt.